hallo und willkommen bei take the blue und das war's hallo leute ja willkommen und zurück bei take the blue fressen uns immer noch ein wolf oder ein fisch oder was auch immer heute geht hey du bist ja alles weg ah guck mal die fässer kann man umschmeißen ist ja cool ja das ist eigentlich gut so ja ja da hat ein menschen auf dem pass los aufs montag ich versuch's doch Hey, Papa, wenn du diese Fässer fressen kannst, dann kannst du ihn in den Kreis ab. Kannst du dich mal bewegen, ne? Was machst du denn überhaupt? Ja, aber! Wenn du dich nicht bewegst, dann kann ich auf meinem eigenen ganzen Monitor spielen doch. Äh, hier soll ich den Wetter aufbauen. Ui! Ui! Aja! Ui! Ich kann nur diese mini kleinen Fässer fressen. Naja, du kannst meine Seele schon auf den Punkt sein. Wenn ich alter Mann wieder nicht darüber komme. Ich will gar nicht mehr zum Treffen. Ich auch nicht. Ich kann jetzt sogar nicht nach oben sagen. Okay, schuf! So, was muss ich jetzt noch treffen? Nix. Dann scheint ja schon, ist ja noch nicht vorbei. Was muss ich noch fehlen? Hey, und außerdem, warum haben wir so viel Leben? Ah, Palmen! Warum haben wir so viel Leben weg? Hey, du kannst... Oh, der dicke Fisch kommt gar nicht mehr darüber. Ja, los! Alter, wird das schwer, wenn man nicht so recken muss mit dem Futter doch. Nur ein Mensch, ne? Nur ein Mensch. Aber hör mal, das war cool. So, auf dem war ich einfach so hoch. Hab ich gesagt. Ja, mal gucken, was jetzt kommt. Bist du bereit? Na, 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 bitte! Ah! Wie cool! Hey, wen könnte das? Na, 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 na ... Die muss hochstehen noch. Ja! Dann rüberrutschen. Hey, die können ja auch. Ich rutsche zurück. Hey, da! Ja, du hast da... Gute Sache, jetzt können wir hier oben... Einfach nur aufbleiben und fressen, ne? Ja, das ist richtig! Das geht ein bisschen einfach. Hey, das werden wir auch noch mal zu bringen. Ich werde allein. ich hab ja 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 aber doch komm ja ich ich habe eben auch die schiffe auch auffeuern. Ein neues Wasser. Oh, das können wir kaputt machen. Wir machen die nicht fressen, aber kaputt machen wir die. Ja, wir schießen selber. Wir führen hier Krieg mit Bomben und die Musik macht... Das ist ja wohl, ne? Das passt ja so perfekt zusammen. König Garde sein beim Kasten. Eher ne coole Musik. Super leid, ich hab dem Kind noch nicht erklärt. Das ist ja auch noch wichtig. Oh, die Kanone verfolgt mich die ganze Zeit. Ja, das ist cool, ne? Warte, du bist ja so mitgekleiden. Ja, wir schau mal. So halte ich die Brüche kommen. Weil ich hier fast nix finde. Ist der Klasse? Oh, nein ist unser Leben wieder. Perfekt. Perfekt. Er schießt nicht, Evo. Vielleicht liegen wir gleich auf der Knie. Ah, das ist ein echt cooles Knie. Man will gar nicht aufhören, ne? Ja. Willst du auch nicht aufhören? Nee, das war's richtig. Okay, dann kommen wir ja noch so lange Treppen, wie du willst. Ja, wir sind ja noch so lange Treppen. Ich kriege mir eine Ärger mit deiner Worte. Papa, da war ein Worte, dass wer du kannst. Oh, die könnte sich doch selbst in den eigenen Waffen schlagen. Na, den müssen wir noch aufgreifen hier von denen. Ui! Du schießt nicht, aber echt so. Halbwunderbar. Miet aus. Ah, zwei Sterne haben wir geschafft. Super. Wenigsten. Ich dachte, null Sterne. Äh, ich dachte, wir kriegen vier. Vier? Es gibt doch nur drei. Ja, probieren wir mal im nächsten, ob wir da vier kriegen. Es gibt doch gar keine. Oha, Tomomben. Oh, genau, Bomben. Vielleicht dürfen die wir nicht berühren. Wollt ihr mal berühren, eigentlich? Oh ja, die explodiert haben. Oh, das ist lustig. Heute ist nur gerne ein bisschen. Ja. Frühstück. Na toll. Ich hätte auch mal gern... Oh, du kommst mal größere. Hey, der ist so was, hey. Das ist die größere und dann sind die kleineren. Ja. Ich ver-stress erst die Miggi. Oha, ich werde die Bomben. Oha. Oha. Das ist nicht der Räuber wieder rauskommt. Das ist falsch. Ich würde nicht zeigen, dass du nicht gleich explodieren wirst. Ich aber nicht. Ich muss hier noch atmen. Oh. Die Schaaf. Das war doch eine gute schnelle Runde. Äh, also zwei Helme? Einstern nur. Ja, so ist das manchmal. Wir waren immer noch zu langsam. Okay. Was geht? Erstmal hier wieder. Ah, Muschelquartett. Guck die Muschelquartett. Ah. Ja. Aber dann müssen wir gleich auch mal die Seelfertigste machen. Ui. Diesmal, Papa, geht's mit jetzt einfach. Das sind so viele Muschels. Das kommt doch erst recht an den Papa. Ich wäre aber nicht kleiner geworden. Ich würde immer hin und teern. Du mag die Muscheln trotzdem nicht. Ja. Ich mag die Muscheln jetzt also viel lieber. Aber diese riesigen Fische zu essen. Ja. Oh, da muss ich ja noch die Muschelnquartett machen. Die blöden Muscheln sind wirklich defekt. Ja. Ach so. Die mag ich ja gut. Ja. Die Muscheln. Nein, du isst ja nicht die Muscheln. Du bist ja nur die Pferde. Ja, aber wenn ich mal... Aber ich mag... Ich mag die Muscheln. Weil ich da einfach nur hin und teern bin. Und auch noch ein Happa. Aber ich kann mich auch extra... Ich kann mich auch extra klein machen, dass du wieder kleiner bist. Hey, du kannst Muscheln essen. Hörst du. Mach los. Ah, nicht alle. Ah. Ah. Das kannst du nicht mehr essen, oder? Ja, ich kann das nicht mehr essen, oder? Ja, ich kann das nicht mehr essen, oder? Warte, ne? Das muss man vielleicht auch essen lassen. Ah. Du? Du bist süßig. Du bist süßig. 2 Sterne. Ja, immerhin. Auch ziemlich ohne. Ich weiß nicht. Irgendwo hier wird das ja dann sein, dass... Dass wir beide... Ich wahrscheinlich zum Hai werden. Und dann bin ich ja gespannt, was du willst. Ja. Ja, vielleicht werde ich ja hier an Waren. Äh. Uh. Kriegshubschraubern durch. Haha. Ja, okay. Ich meine, auf dem Schiff ist gar nicht so gut. Du mal. Dann schieß noch eins. Ah. Dann musst du dann schnell rüberhüpfen und schnacken. Ja, ich habe eins geschlossen. Hey, guck mal. Ich bin auf dem Schiff. Oh. Ich warte hier, bis wir jemanden rutschen. Hey, jetzt geht das mal. Hallo. Komm. Oh. Ich geh von Schiff zum Schiff. Komm. Haha. Ich hab ne gute Idee, Papa. Wir gehen einfach von Schiff zum Schiff. Aber sie beschießen mich. Das ist gemein. Ich aber nicht. Ich bin hier zu dem Wasser. Hey. Ich schmeiße die Schiff einfach hoch. Ja. Weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit euch. Oh, das ist warm, 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 warm. Oh. Ui. 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 Jaaa, Flügelschiff. Ja. Genau, das andere war ein Fisch. Hey. Wenn ich endlich wieder geflügelt bin, alles ist ein Fisch. Ah. Ha. So her, du. Uh, da gibt es sogar schon diese gelben Fische. Hey, Papa, ich kann die gelben Fische essen. Und diese... Hey, das ist... Papa, dieses Messfische kann uns gar nicht wehtun. Ist doch einer, aber folgt nicht. Das krieg ich ja dann nicht. Und die anderen kann ich auch verdanken. Oh, cool. Geil. Oh, ich kann die gerade eben raus. Hey, look at how. Doch, wer hat mich gleich auf dem Fuland? Weg nicht. Ah. Oh, wie geht es wirklich? Aber da gibt es auch andere Fische, die... Da gibt es auch andere, die uns angreifen. Oh, ich kann die schon echt nie angreifen eben. Okay. Hey, gleich kann ich bestimmt nicht... Also, ich entscheide mich für die Füge. Hey, dann... Das bringt diese. Ui, jetzt bin ich... Oh, jetzt kann ich diese Foto essen. Hä? Oh, guck mal, was ist das? Ha, 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 ha. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Hey, dich verfolge ich. Oh, ganz ruhig, ruhig, ruhig. Ey, das ist heiß. Oh, wie riesig. Oh, Alter. Oh, Auto. Vielleicht haben wir auch schon fertig meine Strecke genommen. Möglich. Manche Spannjacken oder was auch weiter. Ja. Haha. Ist möglich. Wenn die nicht die Tür ausmachen... Mach mal, weil gleich jemand will die Brot ja auch ausmachen. Ja, das wirst du richtig sein. Kann ich mir vorstellen. Hey, warum ist mir das so schnell? Hey. Oh, das muss bestimmt auch noch jemand ausmachen. Das wirst du sein. Auf jeden Fall. Ui, ui, ui. Arm, arm, arm. Vielleicht überhole ich die Tür. Ah, ich muss. Es kann möglich sein. Die größte Sache, die ich fressen kann, ist die kleinen Boote. Oh, Alter. Ich kann schon die Mittelboote essen. Die Mittelboote. Die ist auch so ein Mittelboote. Echt dieser. Uh, das ist böse. Ui. Ui. Was ist denn die Schiffe, die da kommen? Geil. Ich komme. Ui. Ich kann schon diese Ufterschiffe essen. Ui. Ich kann schon diese Schiffe essen. Ui. Ich bin richtig schnell geworden. Ui. Guck mal, wie klein die ich bin. Jetzt auch noch was größer. Haha, bist du riesig. Ich hab's gefragt. Geht's. Du größeres. Du größeres. Aber was größeres als dich gab's nicht in dem Spiel. Nö. Das hat sich auch gelohnt. Oh. Auf jeden Fall. Meine Hände sind nicht drin. Ja. Das ist auch geil für die Spielpause, mein Freund. Nö. Es ist nicht. Meinst du eine Pause, dass du mir richtig ausmachen? Aber hallo. Nö. Und schlafen gehen. Nö. Oder so was. Oder lesen üben. Nö. Ich hasse diese Zeit. Leute. Macht's gut. Nö. Ich mach's gut. D blindode Guck's gut. Vielen Dank.